ja heute wieder bewerben gar kein bock was ich bin frau wp niemand ernsthaft irgendwas von euch erzählen euch vorstellen ich habe keine hobbys ich habe ein kind verdammt ich gehe arbeiten wer hat denn zeit für hobbys ja gut ich mache ab und zu mal ein paar youtube videos und so halt ne mensch wir haben ja schon so viel gemeinsam das da ist übrigens der timon kennt den irgendjemand also man muss wirklich zweimal sehr hart überlegen ich glaube nicht wobei vielleicht war das jetzt ernst gemeint oder ich timon hat gesagt hey leute ich suche einen cutter wollt ihr euch bewerben wenn ja meldet euch ach worum es in meinen videos geht äh kochen ist das heiß basteln gartenarbeit so ja kropp wer weiß was menschen wirklich wollen wie alt bist du denn ja schönen tag noch guck mal hier kann man nämlich aufhören da oben